Moin sinds YouTubes und herzlich willkommen zurück zu Black Ops 3 Team Deathmatch auf Nuketown mit dabei haben wir den André Moin Ich hab im Gepäck die Kuda mit Rotpunkt und ich habe Abschlusskinder und was für Aufsätze da drauf sind Professionalität Ich hab die HVK 30 mit irgendeinem wie sie Das ist ja nicht Rotpunkt oder? Ne ne was danach kommt Schnell ziehen, Frontgriff und ja Und ich hab der Sniper Ich mag Sniper Auch wenn sie gegen mich schießen? Nö, dann nicht Ich mag sowieso tendenziell keine Spieler die gegen mich spielen Die mit mir spielen sind alle ok Hier könnte ich mal versuchen auf Raps zu spielen, aber schon hier nicht Außer die die mit hier spielen und total nix beschissen kriegen wie in der letzten Runde Die magst du glaub ich auch nicht Ne, die mag ich auch nicht, da hast du recht Ich hab ja schon gut gegen mich Nein, ich bin tot 4-1 schade Oh Feindliche Drohne nähert sich Arm ist Domo Ja, finde ich auch Also ich möchte mal mitleiden Wo ist er hin? Da Ein Abschuss Ja Auf den links zu springen Und das nicht packen Ne? Ja Der Klaus soll glaub ich auch der Bus da sein und von Black Ops 1 Der da stand Und kein Zugdome Ja, mein ich ja, mein ich ja Der soll ich Bus darstellen Der gibt's doch nicht Nein Ihr habt wieder richtig schlecht, ey 11-1 11-5 Ja, ich sag nichts mehr, ok Ist ja alles gut Der Speer ist Stumpf Feindliche Drohne nähert sich Was zur Hölle Warum Tötet unsere Mitspieler, der draußen steht, der nicht Ah Manchmal denk ich mir echt Irgendwie so ein Intelligenz-Prozent von 1 Null Komm mal nix Du wolltest nur noch höflich sein Ah, Mist Ich hätte hier wohl den Funk rechnen können, dass sie mich jetzt töten Dumm Ne, die müssen ja Bisschen müssen die haben Der Rechner angekriegt Und das Spiel installiert haben sie hingekriegt Ich mag zu bezweifeln Ich weiß, er hat ein anderer für die gemacht Ja So fertig PC mit Black Ops installiert Ja genau Da müssen wir so schlau gewesen sein zu zahlen Ne Ich kann auch n andere gemacht haben Hat Mama gemacht Bestimmt Gibt's nicht Warum hab ich die nicht totgekriegt? Gibt's noch nicht Meine Güte Wer hat diese scheiß Störgranaten? Ja, die regnet sich aber auch ein bisschen auf Shit, hat aber einer zu viel Ich liebe Nuke-Tourne Nuke ist auch schon elektrisch Ah Fail Lol Du hast dich mit dem Bogen selbst umgebracht Ja Weißt du wie das geht? Wenn du nur auf Woden ein Bogen einfach vor dich schießt Nein, dem Team, der vor dir herrennt und stehen bleibt Oh nicht Der der Bogen bei dem stecken bleibt Total effektiv Der Selbstmörder Das ist ja gar keiner mehr Mensch Hier ist ja gar keiner mehr Mensch Infanterie erledigt GG Double kill Love kill Ja Was für einer Tock Tock Doch, war ne schöne Runde Muss man schon sagen Guck mal, das ist auf meinem Wikinger Kopf Soll Dann sieht man sich gleich in der nächsten Runde Moinsens YouTubes und herzlich willkommen zurück zu Call of Duty Black Ops 3 Wieder mit dabei haben wir den André Moin Und ich bin schon tot Ja? Wo? Ihr Feindert Bravo schon Wie ich gesagt hab, wir haben keine Chance gegen die Ich hab meine Waffen wieder gelevelt Nice Welche Laufenlevel gibt's nochmal? Abgeschossen Nicht all zu viele Ich glaub 16 oder so Ja, 6 haben wir schon Ach komm, ey Wir müssen irgendwie versuchen B einzunehmen, aber wir schaffen B eh nie Never Dann wirst du versuchen nach Arthur durchzuwaschen und das anzunehmen Ich glaub da hast du mehr in der Folge mit oben Ey komm, jetzt bin ich irgendwie an der Wand oben längs gelaufen Das wollte ich gar nicht Ich versuch grad B einzunehmen Mich aber nicht wenden Decke mit Nice, wir haben B Ich hab auch gleich schon wieder einen Luftschlag, aber Werde ich eh nicht erreichen Habe ich erreicht, nice Uff Sagt ihn nur als Liedung Schade, fast er Ich war halt 3 vor dem blöden ähm Drohndickern Kommando übermittler Zielmarkierungen Wieso man? Wieder kein einzigen Dieser Luftschlag ist so dermaßen unnötig Kannst du sagen, wo der hinspielen heißen soll? Ja Ich kann 3 Positionen festlegen Lol Und selbst dann triffst du nix oder nur? Ne Ein Black Ops 2 wär dann noch ganz gut, aber hier ist er echt für'n Eimer Wir verlieren Bravo Wir verlieren bravo Leute, Achtung Kann ich auch nix machen, ich komm doch grad nicht mal hin Ja scheiße, ja ich war grad grad überhaupt nicht in der Nähe Ich bin nicht mal hingekommen Ich bin nicht mal hingekommen Wer ist erledigt? Shit Spawn Camper So 1,2 ausgeschaltet Einer hat ne Schockwaffe Ah komm Leute, das ist nicht normal Warum renne ich da alleine hin? Weil ich immer mit uns hin greppiere, sobald ich mich dem Ding nähe Ich hab aber einen per Nade raus Ja Yay Fluchtblau HB Oh nice Ich will den Charlie Ja nice, C verloren Und C kann man noch grad Wir nehmen grad A, wir nehmen grad A Wir haben A Ja? Ja ja Versuch's Ne, tot, schade Nein, hab ich nicht geschafft Er wär zu schön gewesen Er wär ein Dreikletzer Wir verlieren Alpha Wir verlieren B Ach komm Guck mal, bei mir trifft der Blitzschlag nie was, ne? Und ich sterb hier dauerhaft für so'n blöden Blitzschlag Ob wir Bravo verlieren? Nö, irgendwie nicht, ich bin grad durch Bravo durchgelaufen Jaja, ich auch Bin extra zu bravo da hingerannt, aber Da war er schon längst gepliert, denk Ach komm, ey Soldat ausgestattet Soldat ausgestattet Jetzt spawnen Feindliche Drohne nähert sich Feindliche Drohne gesichtet Ach, hinter dem Auto steht immer wieder einer, ey Kacklappen Verdammt B, wir verlieren B G, so wahrscheinlich Zack, zack Nachladen, wichtig GG Jawoll, zwei Akademie Erste Runde, ne? Aber jetzt schon Alter Das ist jetzt die erste Runde, wa? Sehr, sehr nice Alter, du bist zweifach Ja, ich weiß Ja, ich weiß Verteidigung 9 und Erobern 4 Das ist auch der Maximalwert vom Team Äh, ja, die Zand Der Anfangsding bringt immer nur 50 Punkte, das ist mega kacke Nein, komm, ey Ich kann wieder nicht nach vorne rennen, nice Genau Ich hab einen mit dem Hast du das B einnehmen, keine Punkte gekriegt, ne? Okay, schütte Ich bin ne Millisekunde vorher rauskrepiert Na geil Wieso kommt keiner nach B gelaufen, wenn wir B verlieren? Weiß ich nicht Weil da zwei drin liegen und alle sagen, hm, wir können sterben Ich hab einen Weckel rausgeholt, aber mehr auch nicht Und tschüss, er macht einen Trudkill mit dem Schleiner Scheiß Special Fähigkeit Ja Aber wir haben es aber eingenommen Ach komm, ey Feindlicher Dart im Operationsgebiet Nimm dies, du Idiot Ach komm Dann campen die dahinter Aber das bringt ihnen das Die haben die Position trotzdem nicht Weil einer rennt hier komplett ohne Waffen, ne? Der boxt nur B B B A B gecleart B B B B A B 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 immer noch B immer B immer B immer noch B Oh fuck die verloren oder mit ihr das ist jetzt nicht normal ohne scheiß ich mache mit diesen dingern nickels macht den quad kill einfach damit wir verlieren nicht mehr nuklear du kriegst aber nix es gibt es doch nicht man kriegst aber nix was kann ich tun wir nicht tun wir gar nix ich glaube ja nein die haben so grundsches fliegevieh wieder im himmel das darf nicht wahr sein ich hätte locker einnehmen können geschützt in einem haus drin gegen dieses ging dieses völlig haben wir keine chance wir haben verloren wir haben verloren echt jetzt mein gott da werde ich geblockt block nicht tellen hat mich da dass man hat keine chance gegen die fliege fisch das hält auch viel zu viel aus einfach ist mega overpowered ja wir haben ja auch noch ich weiß nicht mehr in dem fenster steht wieder noch einer das darf doch nicht wahr sein ja wir auch wir waren dann hinterher zu dritt da drin aber wurden dann von hinten getötet wenn die deine zwei gemörder haben wir die getötet aber auch nicht das gibt es doch nicht ich hab die drei weg geholt 1 weg geholt ein mies angehittet aber das war es dann auch doch dass der noch im container liegt fikt euch so blöden camper er aber solange wir b einnehmen kriegen die für b keine punkte kann was keine ahnung ja dann wurde wieder geboxt bei b drin die haben jetzt haben sie gewonnen jetzt haben sie jetzt nur mehr punkte als wir es ist doch nicht wahr ja verloren äh ne also wie c nehmt doch alle c ein hier deppen aah wir starten alle bei c alle und keiner rennt zu c keiner rennen wie da wieder fällt dead team aber an dieser stelle sage ich erst wieder danke fürs zuschauen lasst eine kleine bewertung da wenn es euch gefallen hat und schauen wir wieder rein bei Call of Duty Black Ops 3 Ciao Ciao Ciao